Wir drehen heute im Logistikzentrum der Firma DAXA in Rheine. Denn unser heutiges Thema in KRONE TV ist das Umrücken im Begegnungsverkehr. Gerade die Stückgutsspezialisten wie eben DAXA und natürlich auch die großen Paketdienste wie DHL, UPS, GLS oder Hermes nutzen die flexible Wechselbrücke in ihrer Logistik. In einem Hub im Norden werden Sendungen für Süddeutschland gesammelt und umgekehrt sammelt der Süden für den Norden und verlädt die Pakete in einer Wechselbrücke. Und damit nicht beide LKW ca. 600 km fahren müssen, begegnen sie sich in einem zentralen Hub möglichst auf der Mitte des Weges. Nur so lässt sich der Fuhrpark optimal nutzen und ermöglicht dem wichtigsten Glied in der Logistikkette, nämlich dem Fahrer, so etwas wie ein Privatleben. Zunächst mal die einleitenden Schritte beim Umrücken. Der Motorwagen und der Hänger werden hochgepumpt, die Stützbeine ausgeklappt und die Containerverriegelungen geöffnet. Dann den ganzen Zug auf Flunderniveau absenken und rausziehen. Und jetzt wie seinerzeit in der Tanzschule Wechselschritt und Partnerwechsel. Jetzt kommt der anspruchsvolle Teil der Choreografie. Der gesamte Hängerzug setzt zurück unter die Wechselbrücken des jeweils anderen. Dann wieder hochpumpen, Stützbeine einklappen und Containerverriegelungen verschließen. Dann zurück auf Fahrniveau und ab geht's Richtung Heimat. Der nächste Rundlauf wartet schon. Das gesamte Prozedere ist in ca. 30 Minuten erledigt. Er fordert aber jede Menge Erfahrung, größtes Fahrgeschick und natürlich Wechselbrücken und Anhänger aus dem Hause KRONE.